Musik 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 Okay Let's take a look at this Wieder eine Wintermap Ich glaube, Eidaria ist dir heute etwas Heiß Was? Ja, nö Weil du überhaupt Wintermaps wählst Ja, ich geh halt nach der Reihe Nehm das, was gerade drankommt Das wird jetzt bestimmt wieder richtig Das wird jetzt bestimmt wieder richtig Mach dir da Hahahaha Sich gegenseitig ärgern Ach, du schon wieder Alien Juno ist jetzt wieder Der ist geiler Typ Ja, der macht ziemlich gute Maps Der hat ja die Mordor Map gemacht Der hat ja die Minas Tirith Map gemacht, glaube ich Ist das die Matrix? Durchaus möglich In vorne Wir alle Wir alle Fallen Oh, okay Abkürzen Abkürzen geht nicht And if we fall tonight Hab ich grad probiert We would fall together Did I did it And I see fire Ich hasse dich Mach dir dein Leben zur Hölle Was hast du denn jetzt schon wieder? Mach dir dein Leben zur Hölle Was ist denn jetzt schon wieder drum? Du hast mir Ende punkt Hab ich gar nicht Hast du wohl Bitte Wir haben nur einen schwarzen Ball in der Runde Die anderen beiden sind weiß Nur weil ich schwarz bin Ja Ich hab auch einen farbigen Ball, der ist weiß Darum geht's nicht Weiß ist doch gar keine Oder? Äh Also die Diskussion gab's früher in der Grundschule Ob weiß eine Farbe ist oder nicht Ja Ich würd sagen ja Ich wollte auch immer sagen ja Aber ich wurde berichtet Weiß soll angeblich keine Farbe sein Weiß nicht Ich weiß nicht warum Aber weiß ist angeblich keine Farbe Sind denn dann meine Wände Ja Dimensionslos? Ja Achso Leben zur Hölle bekommt Kaya wieder Urlaub Das ist not allowed Okay Man darf nicht reset Kaya, Urlaub Was? Den kriegt der eh nicht Hab gar nicht zugehört Kaya hat doch den Bund mit dem Teufel Aka Aya Daria gemacht Ja Achso Da war Bund Urlaub nicht mit inbegriffen Nee Urlaub ist da nicht mehr drin Kein All Inclusive Paket Ich buch nie wieder bei dir Der Teufel muss dich nicht um Arbeiterrechte kümmern Boah der Teufel trägt Gucci alter Ich mein ich hab nicht ohne Grund ein äh Devil Emote gemacht Was? Ein Übrigens ähm das hat Das hat Das hat so Auf die Emotes wollte ich auch mal zu sprechen kommen Ja Du sagst ja äh frisch ist öfter mal Dass er dich nicht Ai die nennen soll Ja Oder Aydari Ja Aber deine Emotes heißen Aydari Das hab ich nicht ausgesucht Das kommt von Twitch Okay Da kann ich nichts für Twitch Ah Verstehe Da kann ich leider nichts für Das was ich nehmen wollte ist vergeben Darf ich nicht benutzen Oh Oh Sonst würden sie anders heißen Bist du jetzt ganz traurig Ähm Ich war eher angepisst als ich äh Als das nicht ging aber Nö Echt jetzt? Ja tatsächlich Also wirklich angepisst? Ja Ja wirklich angepisst Weil ich So ne geile Idee hatte Die ich jetzt natürlich nicht sage Weil ich hoffe dass ich das irgendwann mal umändern kann Oh Ähm Aber Ja ich war schon Ich war schon stinkig Hier ist ne Rampe über die man nicht rüber darf Das ist auch geil Na die hättest du pushen müssen vorher Hab ich doch Von der anderen Richtung Pushen Hatt ich doch Muss wieder zurück gehen Hatt ich doch Pusche to the limit Pusche Muss wieder auf den Start Aber ich Aber ich bin doch da schon dran gekommen Ja aber das hat sich nicht verschoben Ja aber fahr doch da Ich bin doch da dran gekommen Ne da steht ja noch Push dran Ja aber trotzdem bin ich dran gekommen Aldari wenn ihr was nicht gefällt so gibt es diese ganz hohe Töne Stimme Ich bin doch da schon dran gekommen Das ist wie bei Fotos wenn was nicht klappt Ja da schreit er rum Und er sagt es funktioniert und Ich schreie nicht ey Sag mal wo guck mal denn da hin Da ne Und ich sag immer seltsame Sachen wie Worte Schnitzel Wenn bei mir was nicht klappt Denken gewittert Ich hab noch nie gemeckert in meinem Leben Du meckerst ständig Stimmt What So ich hab noch nie gemeckert Du meckerst ständig Och ja stimmt ja Dein Kampfeswille ist beklagenswert Er hat Kampfeswille Ich hab ihn nur genommen Nein Du hast ihn entmannt Schon lange Leute Als er dich mit dir verlobt hat Ne schon vorher Nein Ihr Mädels seid wie ein Parasit Ihr dreht euch in unser Leben und dann entmannt ihr uns Ja richtig so Und damit Dann zwingt ihr uns dazu Schuhe zu kaufen Komm schon ey Ne das tue ich tatsächlich nicht Ich zwinge Früher zwinge ich nur dazu mit mir Videospiele zu kaufen und Bücher Die Schmache und die Pein Die Schmache und die Pein Die Schmache und die Pein Ah Ah Sie ist unerträglich Und zu duschen Nö dazu kann ich ihn nicht zwingen Duschen? Du Monster Frisch geduscht ist halb gewaschen Dazu kann ich ihn tatsächlich nicht zwingen Das ist sein Ding Wohin zum... Das Gute ist, weswegen ich ihn nicht zum Dusen zwinge. So will ihn kein anderer haben. Außer mir. Guter Plan. Das ist eine gute Sicherung. Das ist eine Faktik. Eigentlich ist das mega clever. Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, Beziehungsrat-Tipps von Aydaria. Ich weiß ja, wie es geht. Sie weiß halt, wie es geht. Bling. So ein Bild von ihr zwinkern. Frischus hat mir nicht ohne Grund einen Antrag gemacht. Was? Ich dachte, das macht man so. Einfach so, wenn man langweilig ist. Da gibt es noch diesen Song. Who cares, baby? I think I gonna marry you. Oh, nein. What? Nein, ich meine hier, nein. Nein. Nein wegen dem Song oder nein wegen. Nein wegen allem. Nein, nein. Nein, nein, nein. Einmal trotz. Geil. Igel. Ich weiß, dass er noch einmal daneben fliegt. Rast, ich komme. Frischus vom Da Fasse. Ist auch drin. Ah, hat er gehört. Sehr schön. Ja, ich glaube, das liegt an der Unfähigkeit des Spielers. Ja, das ist bei allen Sachen so nicht. Nein, das war eine Karte. Oh nein. Ja, ich auch. Das ist genauso, wenn Leute was am Rechner verstehen. Ich war das nicht. Ja, ich bin oben. Ich bin oben. Ich habe es geschafft. Schön für dich. Einen hast du nicht. Doch, habe ich. Scheiße. Guck mal. Ich habe mit fünf Schlägen es geschafft. Nein, ist das ärgerlich. Ich darf hier nichts machen. 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 Wenn ich in deinen Augen schaue, ich singe, ich denke, du kannst dich nicht. Who cares, Baby? Habt ihr das gerade gesehen? Das war ein Bug. Nein, habe ich nicht gerade drauf geachtet. Sorry. Sorry. Ey, der hat mich viermal zurückgesetzt und mir jedes Mal ein Leben abgezogen. Okay, das ist nicht. Wie soll ich deinen Song machen? Ah, jetzt klappt es auch mal. Wer will einen Song machen? Dufte. Meine Mutter. Oh, bitte nicht. Über was denn? Juhu. Oh, Mann. Über was würdest du denn in den Song machen, Dufte? Jetzt bin ich jetzt. Jetzt hast du meine Mutter. Oh, bitte nicht. Ja, vielleicht über seine Mutter. Sie lebt noch. Ja, ich lebe noch. Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Ich habe den 24-Hourstream überstanden. Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch, stirbt nicht. Nein, okay. Wir müssen, glaube ich, in den Wagen rein? Ins Wagenfenster? Ne, warte, müssen wir gar nicht. Wohin müssen wir? Oh nein, ist das ärgerlich. Wir müssen da hin. Jetzt sehe ich es. Bleib da liegen. Okay, ja, aber ich nehme jetzt auch die Abkürzung. Ja, ne? Ist nicht euer Ernst. Ja, das ist definitiv einfacher. Ja. War am einfachsten jetzt. Ja. Mit der Gesangsstimme. Ja, mach das, Dufte. Ja, wegen dem Song, den Dufte machen wollte. Ja, aber worum geht es in den Song, frage ich mich gerade. Hat er immer noch nicht beantwortet. Meine Mutter. Zum letzten Mal. Ich denke mal um das, was wir da gerade vor uns hingesungen haben, ihr. Wir alle. Was haben wir gesungen? Ihr habt gescheatet. Nein. Wir haben mal von dir abgeguckt. Ey, guck mal, ich bin nicht mehr Erster wegen euren Cheats. Oh nein. Wie sagt ihr immer so schön, wenn man Springen eingeschaltet hat, dann ist das kein Cheaten? Ja. Ist auch, dazu stehe ich auch, also. Ja. So sagt ihr das doch immer, also. Das ist doch kein Cheaten, ne? Ich auch so. Ich habe nie gesagt, dass das Cheaten wäre, wenn man schrinkt, also. Also ich habe mich auch deswegen nie beschwert, wenn jemand Springen bringt. Nee, ich, ich, ich aber. Ja, dass du mich weißt. Deswegen ja. Also jetzt hier nicht so, ähm, scheinheilig tun. Hä? Habe ich doch gar nicht. Weißt du, hä? Er ist, er ist, er ist. Weil du dich darüber beschwert hast, dass er es gemacht hat. Dass er sich jetzt beschwert hat darüber. Ja, ich habe ihn anfangs beschwert. Und? Mache ich doch jetzt ja gar nicht mehr. Stimmt, aber jetzt. Habe ich das letzte Mal nicht gemacht. Wenn, wenn auch Spaß, und das weiß Frischus auch. Ja, aber jetzt darfst du dich halt nicht beschwert, wenn er sich immer beschwert, daraufhin hinaus. Habe ich doch gar nicht beschwert. Er hat. Ja, es hat sich keiner beschwert. Nee. Okay. Doch, ich? Ja, er hat sich beschwert, genau. Doch, ich? Und du hast dann gesagt. Es ist doch scheißegal. Egal, ich glaube, wir sind hier gerade ein bisschen, ähm, abgedriftet. Und wer ist optionell. Ja, geil. Okay, das ist gemein. Hä? Oh! Muss man da jetzt gegen pushen, oder nicht? Nee, ihr müsst jetzt darüber springen. Was glaubst du, was man tun muss? Oh! Rübel springen, hm? Wie kacke ist das denn? Und am besten nicht gegen den Film kommen. Und dann ist das, äh, Loch heruntergekommen. Nein! So! Oh, dann! Nee! Das war ich nicht. Das war ich nicht. Boah! Da kann ich nichts mehr. Digi! Ja, was denn? Alter! Ich hör! Ich hab dich nisch gesehen. Digi trägt hier jetzt auf jeden Fall richtig dick auf. Wenn denn ein schöner Remix vom Stream macht das duftest. So sind doch mal gerade 54. Kann man noch einen holen. Yay! Okay, wohin müssen wir? Ah, okay, ich verstehe. Dann müssen wir hier hin? Ja. Ja, okay, wir müssen hier hin. Hallo! Berühr mich nicht, berühr mich nicht, berühr mich nicht, berühr mich nicht. Ich? Wer nicht ich denn jetzt? Nein! Man darf nicht zu weit. Oh, nee! Aber man darf nicht, oh! Man darf nicht zu weit auf die Fläche. Ah, ja. Irgendwo ist da aus. Ich weiß nur nicht, wo aus ist. Es gibt eine unsichtbare Grenze. Die unsichtbare Grenze, spooky. Ja, so ein bisschen, ne? Oh, die Geistergrenze. Oh mein Gott. Die Geisterschwänze. Musst du eigentlich immer alles in die Richtung lenken? Ja, muss er. Okay, ich glaube, wieso frag ich? So blöd. Oh, nee, muss man es da echt rüber schaffen? Ja, muss man. Wie soll man das denn machen? Oh, leck mich doch. Ich habe es geschafft. Das oder du findest halt einen Exploit. Also kein Schie... So ein Bug. Bleib liegen, süßer. Nein! 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 Da bleibe ich hinter. Da bleibe ich hinter. Jetzt geschafft. So. Uiuiui. Uiuiui. 13. Das Loch. Hm. Loch. Hey, viel überrascht es mich nicht. Hm. Gepusht und da passiert nichts. Das ist auch witzig. Nee. Jetzt ist es aufgegangen. Hier geht gar nichts auf. Ah, jetzt! Da passiert nichts. Bei mir ist es auf. Ja, jetzt ist es auf. Bei mir ist es auf. Ich weiß noch nicht warum. Ich habe es vorher aufgerührt. Jetzt! Geschafft. Also hier sind die Grenzen nicht so gut gesetzt, finde ich. Also die Rücksetzgrenzen. Wenn es überhaupt welche gibt. Naja. Schon. Weil es so hoch geflogen ist. Dann wird es halt gleich zurück gesetzt. Obwohl man noch nicht im Aus ist oder so. Oh Gott. Berührt mich nicht, berührt mich nicht, berührt mich nicht. Wieso sagst du das dauernd? Weil mich immer jemand berührt. Deswegen. Och ne, wo liege ich denn jetzt? And I can sleep until I feel your touch. Nö. Dieses Leuchten, ey. Ich hatte ein Archivment freigeschaltet. Archivment? Eintros. Ja. Ein Archivment. Haben die schon alle drin? Ja. Ich bin ein Pirat. Pirat. Nein, glaube ich nicht. Captain Iglo. Ach ne, das war jetzt kein Pirat. Der macht ja nur Fisch. Stimmt, Captain Iglo ist nur ein Captain. Der macht den Fisch. Der macht den Fisch, genau. Passe das mit dieser fucking Kanon, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Äh, in das Tor. Da hinten. Durch das Turm ist hier. Ah! Krieg sich in das Tor. Nein! Wie ist das denn hier? Wo liege ich denn jetzt? Darf da liegen, Süßer. Darf die Wand nicht berühren? Darf da liegen, Süßer. Darf da liegen. Get it. Das sind sehr seltsame Grenzen, wenn es die überhaupt gibt. Ja. Boah. Weiß nicht, was mit Kaya heute nicht stimmt, ey. Wieso? Was stimmt mit Kaya nicht? Was denn? Weil er gut ist? Ja. Ist da jemand neidisch? Nö, überhaupt nicht. Aber irgendwas stimmt mit Kaya nicht. Was ist denn mit Kaya los? Ja, ja, ja. Vielleicht bin ich das denn gar nicht. Vielleicht bin ich auch der fette Nachbar mit dem Stimmenverzerrer. Dann hat man sich aber eine ganz blöde Stimme überlegt. Ja, sag das mal, Mike. Ich meine, ich bin es natürlich wirklich. Ich bin es natürlich wirklich. Okay, wir müssen jetzt. Ich sehe schon, wo wir lang müssen. Wir müssen nochmal pushen. Und da wird es jetzt wieder. Da ist es wieder aufgedeckt worden. Oh, okay. Ja. Vorletztes Loch. Ne, warte. Drittletztes Loch. Vorvorletztes Loch, darauf will ich hinaus. Scheiße mal. Zahlen sind schwer. Und wir müssen auf eine kleine Insel, wie mir scheint. Eine Insel ohne zwei Berge, wohlgemerkt. Und sie ist auch nicht im tiefen, weiten Meer. Sie ist in diesem kleinen See. Im eingefrorenen Meer? Äh, im eingefrorenen Meer. Mit den Tunneln und den Gleisen und den Eisenbahnverkehr. Ja, diese Insel. Nein, das war zu wenig. Die ist sehr weit bekannt als das schöne Luma. Okay, ich höre offen. Ja. Bitte. Du, 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 du. Du, 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 du. Okay, nein. Hi. Das wird jetzt wieder so mein Mount Everest hier. Das werde ich jetzt wieder nicht verkacken ohne Ende. The Mount Everest. Willkommen im Club. Ja. Ich drücke dir die Daumen, äh, Kaya. Danke, danke. Aber es sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich komme nicht durch. Danke, danke. Zurück zu Glück. Glück. Nein. Ich weiß, du kannst dich nicht tragen, Kaya. Weil ich werde, ich kann dich tragen. Nein, Spielung auf, äh, Herr der Ringe. Achso. Achso, ja. Verstanden. Am Ende. Genau. Das war so schmalzig. Wo er ihn in eine Lava geschmissen hat. Oh. Ich glaube, du verwechstest da was, aber nah dran. Oh, das war zu weit. Oh. Okay, wir müssen links abbiegen, glaube ich. Nee, rechts, sorry. Moment mal komme ich da etwas durcheinander. Nein. Bleib doch liegen, Süße. Ja. Ja. Was denn? Hm. Hau ab, Fliege. Da ist es noch. Ich glaube, sie wird besser spielen, wenn sie nicht liegt. Was soll man da denn reinkommen? Äh, durch den Sprung? Ja. Entschuldigung. Oder vielleicht gibt's, oder vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Mhm. Wo was man aktivieren kann und dann... Nee, mit dem Sprung. Hm. Jetzt hau doch mal ab, Scheißfliege. Ich schaff das nicht. Er schafft. Jo. Naja. Aber ich bin auf jeden Fall, was beide Punkte zahlen geht, ziemlich in einer. Ich dachte, ich lette ran. Ja. Ja. Aber hey, ich bin immer noch nicht letzter. Noch nicht. Ich hoffe, ich krieg was dafür, damit sich das auch lohnt. Die Strapazen, ne? Ja. 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 Und immer angetatscht werden. Äh, was ist denn die an? Oh, endlich. Ja, ich verstehe halt auf meine eineinhalb Meter Abstand, ja? Was dagegen? Das ganze Leid. Das ganze Leid. Corona und so, ne? Ja, deswegen. So ein bisschen leuchten. Juh, Disco. Disco, Pogo. Alle Epileptiker jetzt bitte wegsehen. Dingerlingerling. Alle Epileptiker bitte wegsehen. Das ist, äh, nicht gut für euch. Seht ins Licht. Seht ins Licht. Nein, seht noch nicht ins Licht. Ja, ich hab ne Englandslage bekommen. Geil. Ich hab gar nichts bekommen. Toll. Wofür will ich jetzt erster oder letzter werden? Dann kann ich euer letzter werden. Beispiel. Deinstallieren. Ich bin vor Aydaria. Ja, mal. Das ist mal was ganz Besonderes. Aber mal ganz kurz, Tete. Oh, ja. Das ist ne gute Idee. Da kann ich auch mal ganz kurz. Sofern Foto es nicht raufgerannt ist. Was ist? Wir gehen aufs Klo. Cool. Dann hol ich mir kurz was zu schnabbeln. Schnabbelieren. Nordisch. Dann hol ich mich mal. Das war dann auf Sie. Oh. vielleicht ein paar internetprobsters hat man mal so wenn es nur die wir sind du ah da ist er guck mal fest fest wie nicht okay wir suchen ein fest interessant man hört dich wieder ja gut war aber nur eine kurze sache ich wohne ja nicht alleine ne ich auch nicht meine mitbrunner hat nicht meine bessere hälfte möchte ich nur anmerken bist du meine bessere hälfte bzw bin ich deine oder die schlechtere du bist mein hasenfurz okay das ist gut das hört sich der streichelhaft an ich habe auch keinen plan wo ich hin muss man muss denn das in die säule also in die aber ich werde ja mal wieder rausgekriegen lang ja du musst von vorne kommen glaube ich nicht genau von hinten gekommen aber du musst langsam ja aber nicht direkt das sind ja okay aber ziemlich nah dran das sind ja fast alle ja wir sind wieder etwas sonniger unterwegs wieder etwas sollen los was wieder etwas wollen loser nein und das ist ein sehr seltsamer neun komm es gibt so viele möglichkeiten habt ihr euch den ähm ein auf der gerade angesehen ich war drinnen ihr sieht auf jeden fall sehr freaky aus dieser topf ich war drinnen ja was auch warum hat das nicht angedienst weil das passiert weil glitsch so das passiert ja nie dinge dass das mal computerprogramme nicht funktionieren einfach ruhig sein ich habe dich jetzt auch nicht angeht es geht es geht nicht so einfach ruhig sein warum was ist das da hinten für ein typ da ist ein typ auf dem dach hält wache dass gar nicht wo man hin muss wir müssen glaube ich ich weiß es nicht genau ich habe es nach dahinten ich sehe schon da wo er irgendwo runter ist das ärgerlich hier müssen wir hier genau ich habe die rampe genutzt ich habe die rampe genutzt ich habe die rampe genutzt da bin ja immer noch erst dann das ist das wichtigste für dich alles andere würde dein stolz verletzen da kann ja nicht schief gehen ich habe heute noch nicht einmal gewonnen oder luftschiff war da gerade ist da gerade an der niederbahn so als wäre ich so ein schlechter verlierer ich habe heute noch nicht anders ist das vielleicht aber trotzdem kommt schon du bist jemand der unbedingt verlieren möchte genau das bist du du willst unbedingt verlieren gibt es zu der witz ist jemand der unbedingt gewinnen möchte das wollte ich sagen und das ist ein sehr zorniger pilz im hintergrund im übrigen ich habe mit einer röhre fest den die stein nach unten fertig will man gewinnen wenn man ein spiel spielt ja aber du willst es unbedingt also ich haben will ist spaß spiel spannung und gewinnen und gewinnen und ein bisschen dumm quatschen und dann ist alles gut das wichtigste ist dumm quatschen dann habe ich auch spaß da muss ich nicht gewinnen einfach ein bisschen spaß ein bisschen paar labern alles gut das ist mal in ja das ist nicht du bist doch eigentlich durch das war das zweite mal jetzt so pass auf die fisch ist auf die fisch ließ ja kette dieses nur die cracker die auch fisch ließ heißen ja die sind lecker mit dem sesam drauf und ich glaube es ist auch salz drauf die man immer in diesen mischungen bekommt es gibt sie in salz und es gibt die mit sesam und die mit sesam mag ich am liebsten ok hier habe ich mir nämlich meine großeltern hatten früher immer diese große pakete genommen und da habe ich mir dann immer die fisch ist ausgut und aus dem grund hast du jetzt heute ein aquarium er hat doch gar kein aquarium hä klar habe ich ein aquarium aber ja stimmt du hast eins ich dachte du hast keinen weil du ja fische hast äh weil du ja katzen hast so ich habe eigentlich nur deswegen ein aquarium weil als ich bei frisches eingezogen bin damals er ein aquarium hatte und seitdem dachte ich auch ja mal feiern sind ja nicht ganz cool wenn er versteht was ich meine ja und jene dies erst aber wir sind schon oder meis aber so groß so schlimm ist das das laboriert jetzt auch nicht nein weil ich kann das ziel von hier aussehen außer weil das so ein fake ziel nein oh und da bin ich daneben geflogen toll weißt du ich dachte komm ich mach mal eher weil hinter mir stehst es tut mir leid alles gut eingelaufen ich dachte du wärst drin also ich dachte du kommst gleichzeitig auch rein weil du ja vor mir bist deswegen dachte ich ja fast doch du als erstes ich komm dahinter alle tue komm bitte 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 nur diese eine mal mal komm schon du kannst es machen 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 ja du hast es ja du hast es ja wir haben es wieder gemacht das war so klar das war so klar wir bekommen ein hole in ein und gewinnen das Spiel oh baby baby niemand kann uns entgolfen weil wir so gut sind wir sind besser als alle von dir oh mein Gott hör auf pink fluffy unicorns besser die ups begäuftete gang pink fluffy unicorns dancing on rainbows pink fluffy unicorns dancing on rainbows pink fluffy unicorns dancing on rainbows jaaa pink fluffy unicorns hab ich jetzt mal kurz aussprechen genau auf vier stupid golfers ja wo es Fusche ist weiß ich nicht hier hier ah oh Gott da ist er ja hey wieder eine wunderbare Möglichkeit um ähm sich kanonieren zu lassen was war das denn alter bang bang empty chest okay gut zu wissen wir müssen also mitten in die mitte hey hey nee wo lieg ich denn ja das ist Gerechtigkeit Gerechtigkeit ja komm schon Diggi du zuerst ja 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 komm schon da steht auch empty chest wieso verwundert es sich so da steht auch empty chest ähm ähm wenn ich was gesagt äh will doch in die chests rein ähm ach so und da steht empty chest es und da wurde ja zurückgesetzt und deswegen hat er sich aufgeregt ich wurde nicht zurückgesetzt ich musste mich zurücksetzen ja genau oder das ok darüber kann man sich schon aufregen chesty chest muss ich auch ja aber da steht aber trotzdem der steht ist ja ich bin aber nicht in die kiste ich bin dahinter gerutscht ok ich musste mich trotzdem zurücksetzen ich bin nicht in die kiste gerutscht ok ok das Ding doch das Kistler nein oh der schlechte Verlierer ich bin ja nicht mehr erster uhuhuhuhu uhuhuhu uhuhuhu hehehe wir waren alle erster warte hehehe echt wir waren gerade alle bei 40 außer Sio außer Sio natürlich ja ah ne nein ich war bei den letzten paar Malen nicht wer war das ich nicht ich glaub das war ich ok du darfst das oh ich darf das naja komm schon komm mal get in hm frontschuss liegt da ach da im Übrigen in diesem Pilzhaus gibt es glaube ich Pilze zu kaufen vom Schild aus gesehen ich war davon kriegt man davon einen weg ne ich glaub nicht dass es diese Pilze sind das ist das das ist das das ist das das ist die Pilze vielleicht ne ich bin wieder zurück ja hab ich zu schwach oder zu doll gemacht das ist die Frage große Frage ja äh oh Gott ja ok verstehe alles klar ja man kann eher zu schwach wird eher zu nein das ist wieder so richtig schönes wir müssen uns entscheiden wer zuerst ey ich hatte zu doll gemacht aha ok man kann auch in die Kiste rein die hier steht auch wenn man daneben ja die sehe ich jetzt auch grad das erste Mal ja da ist ne Kiste ich werd verrückt auf beiden Seiten kreiber schreit aber gibt sie überall Rishis hat gerade einen Song gesungen ich hab einen Song gesungen bitteschön wir hatten den Song Ups I golfed it again gesungen Soccer oder Stoker weißt du ihr kommt alle da rein tue ich mich ok wo bin ich Soccer natürlich oh Gott warum sind wir so riesig wir müssen ja ich wollt grad sagen wir müssen in den wir müssen ins Tor rein sorry das war ich ja das weiß ich glaub ich das weiß ich sagt sie ganz trocken ok ok nein und ähm Sio steht am Elfmeter und er schießt und er trifft und bla und ihr müsst jetzt glaub ich genau ihr habt's glaub ich ein bisschen leichter naja ich wär zu sagen ob das jetzt leichter ist möchte ich jetzt nicht beurteilen naja weil weil bei euch bewegt sich ja nichts zum Beispiel es gibt keine beweglichen Hindernisse naja wir waren alle drei bei den beweglichen Hindernissen ne ne aber ich meinte Diggi ja und warum redest du dann von euch wenn nur einer da war vielleicht dachte ich vielleicht dachte ich dass spaltende Persönlichkeiten so vielleicht dachte ich daran dass dass noch einer da war hm ne ne dass da niemand war ja das ist mir dann auch aufgefallen das ist ja aufgefallen ich hab mir schon Sorgen gemacht man kann sich ja auch irren ja natürlich das passiert mir regelmäßig ja das stimmt mir auch ich hab mich schon mal bei der Unterhose geirrt da hab ich die von vorgestern angezogen die ich schon sieben Tage an hatte oi kannst du nicht andere Unterhose von jemand anderen angezogen von mir genau dein Brusthanisch hier dieser BH der war ganz schön eng BH BH really ja ah nein ist nicht wirklich falsch das ist nur die englische Aussprache also let's do it ah ah das ist ein Aufzug ja das ist ein Aufzug Technik alter die Technik die Technik da hinten macht sich da hinten macht sich ein Org T Kee sehe ich gerade nein 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 ja 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 nein nein Time weil auch Orgs mögen Kee Tee Kee kennt ihr das nicht das neueste Getränk Kee ne eigentlich ist das spanische Wort Tee eigentlich ist das spanische Wort für was aber ja man kann es auch als Thema das war Kee ne das war Kee ich hab Kee gesagt Kee 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 Niemals hatte ich Blähungen das wage ich zu bezweifeln ja stimmt es ist wissenschaftlich erwiesen ich hab mich testen lassen ich kann keine Blähungen haben Jo ich wage es wenn ich ne Blähungen haben würde wenn ich ne Blähungen haben würde würde mein Kopf weg studieren manchmal kam da richtig lang mit raus ja nein was ehrlich das sind dann immer die Brückchen in der Unterhose die ich in die Wäsche packe bei dir ok das reicht jetzt ach das Gulasch vom Vortag meinst du Gulasch 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 ist das dann ja ja das riecht nur noch mal ein bisschen extremer Gulpopo das riecht noch schlimmer als Klios Häufchen Gule ne warte das hier ist ja gar nicht Perflife äh Fallout meine ich sorry wieso komm ich von ohja oioioi viel zu doll Gule warum hab ich denn so doll gemacht da fällt mir ein ich äh war vorhin war gar nicht dabei vorhin wie weit bist du jetzt eigentlich gekommen schon äh ich bin in Nowak ah ne nicht mehr Nowak äh hab war in dieser komischen Station wo ich Gule töten muss ah du warst in Repcon oder wie das auch immer heißt diese jep dieses ähm oh nicht zu doll ja ich hab das umgehen kann du kannst das auch um du kannst die Quest auch umgehen ähm wenn du den äh äh in den Hotel gibt's einen ähm ähm du solltest das vielleicht nicht erzählen ich kenn das Spiel nicht okay gut ich hab wieder rum okay dann sag ich mal lieber nichts ups weil what will it be? Gold? soll ich die Spoiler sehen? ich Spoiler dich jetzt irgendwann ist es zu Ende Spoiler Ende ja ja what? oh oh die Spannung you Hallo wir sind alle schneller als ich weil du weh drücken kannst um schneller zu sein vielleicht solltest du die Schilder die oben drauf stehen mal lesen ach das sind Buchstaben da drauf what the schnitzel beer? what the fuck beer? yeah beer bock's beer hab ich mir sagen beer you beer me beer me together jetzt soll jedes Wort beer sein beer 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 ja kennt ihr das aus irgendwelchen Fantasy oder Science Fiction Sachen wo ein Wort für alles benutzt wird so hört sich das gerade an das waren die Simpsons ähm ein bisschen warten das kommt zu uns achso ich wollt grad sagen passiert hier auch irgendwas oder steh ich hier nur hab ich gewonnen? natürlich hab ich gewonnen äh wo bist du jetzt? ähm ich glaub das hat nicht ganz funktioniert bei Aldaria ach ne ähm wieso das denn nicht? ich hab nichts anderes gemacht als ihr ich wollt grad sagen sie war doch vor uns auf dem Schiff ich hab den doch gesehen geh nochmal aufs Schiff rauf vielleicht klappt's dann ja esse was ist das denn? was? Alter wir sind im Äther wir sind im Äther im Äther? im Äther im Äther oh shit ähm so eine Map ist das vielleicht langsam okay oder so geht auch da bleibt sie direkt davor hocken hat sie's getroffen? nö mhm jetzt ne sie ist auf Gras gelandet ja nein nicht die Art die man äh die man konsumiert komm schon also Imures ist ja grad verpackt ja natürlich der König stirbt am Ende krass ey der König der König stirbt am Ende ach ja wow beim 5. Mal haben wir doch geschafft geil schön toll ich hab nen Militärhelm bekommen ich hab nen Hexenhut äh du meinst ein Hexerhut weil du ja männlich bist so eine machen wir noch wa? nicht äh äh es geht jetzt ähm ne Diggi möchtest du noch oder? also ich würd ich also ich würd ich gerne persönlich noch eine machen jo ich auch dann dann wärs überschrippt jo sehr geil da 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 rieche ich mich äh nach der nach der Mehrheit und dann sterben wir wieder ich hab nen Kater ich hab nen Kater du sollst doch nicht so viel sauf Entschuldigung äh kann wundern dass der Energy immer leer ist und ich denke immer ich tränke den aus ne bist du und ich frag mich jeden Morgen wo ist wo ist der Ramgan ja warte 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 warum ist der Kaya was wie kann man von einem Energy Drink bitteschön nen Kater bekommen naja indem man äh Wodka mit reinmacht du kannst du den Wasser aus der äh Wodka Quelle reinmacht aus der Kaya Quelle wieso ist das die Kaya Quelle Moskowskaia 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 oh mein Großvater damals im zweiten Weltkrieg war das herrlich war das herrlich wie war der zweite Weltkrieg herrlich na wegen dem Wodka Moskowskaia nur wegen Wodka wegen dem Woddi Woddi aber da war es ja nur für die Russen herrlich weil nur die Russen hatten Wodka in den Mengen ja ja und vielleicht die und vielleicht die Deutschen die in den Wodka abgeluchst haben aber ja warst du dabei klingt fast eins zu eins so ja ich war ähm ich bin ich hab mich sehr gut gehalten ich bin in Wirklichkeit fast 100 Jahre alt oh mein Gott ja Upsa Buch was äh ich war ich weiß noch als äh Kaiser als der ähm österreichische Kaiser erschossen wurde und dadurch der erste Weltkrieg ausgelost wurde ja gut das war nicht ganz meine Zeit das lassen wir noch in der Pinte in der Pinte? ja Pinte macht er sich wieder jünger als er ist natürlich wie hieß die Stadt nochmal? das war doch in Kroatien oder so äh Sarajevo ja genau in Serbien Serbien glaube ich weiß ich nicht auf jeden Fall irgendwo da unten ist alles dasselbe für mich und äh einige der Serben waren halt nicht so fanden es halt nicht so toll dass sie Teil von Österreich waren Österreich Ungarn genau und haben halt gesagt und dann haben sich einige Serben innerhalb der Gruppe gedacht dass sie den äh österreichischen Thronfolger abknallen und dann ist das vorbei hat nicht ganz so gut geklappt nee das ist das äh kommt es mir so vor oder ist das eine relativ leichte Map gerade? noch ja noch ja mal schauen was noch so was noch so küt Oasis heißt die Map also ich sehe hier keine wirkliche Oase doch naja eine Oase kann vieles sein ich verbinde Oasen immer mit Plätzen in der Wüste die extrem die Wasser haben und äh viele wir haben hier ein Restaurant das heißt Oase da ist auch kein Sand und kein und so also ich meine das ist ja in diesem Fall eher ähm Sinnbild okay na gut man könnte auch sagen das hier ist ja auch sinnbildlich gemeint also mein Körper ist ein Tempel und ich hab auch keine Türme ich glaub das Ding heißt Oase weil es da halt alles gibt Essen trinken Bowling wahrscheinlich deswegen Bowling? auch Offling ja wir haben aber es aber ist zu teuer finde ich ein Deppmuld ist besser auch recht hm ja ich meine also 25 Euro die Stunde finde ich schon heftig das Bowling hm ja das finde ich das finde ich schon nicht cool also das ist schon finde ich schon viel ich geh nicht Bowlen sehr oft aber wo wir noch das ist so ne Band hm das auch das auch ja das auch ja was ist ne Band ja vor allen Dingen Oasis und dann reden wir noch über Dieter Bohlen Oasis wir sind echt wir sind echt äh extrem musikalisch heute also sind die schon alle drin? ich ja sag mal mir ist die zu einfach mal wieder ich merk das doch guck dir das so ich bin abgeschlagen letzter und ich sag noch Eckart sag ich ne mir Eckart sag ich ne welcher Eckart Eckart Junge der Eckart halt und was sagt Andi ja der sagt auch ne ist zu einfach das gibt's doch hier gar nicht das ist eine Werner-Anspielung die ich auch nicht ja die dachte ich ja schon das muss kesseln Leute so das ist wieder jetzt ja Fusch es ist auch zu einfach ich komm hier auch nicht ja wieso ist die denn so leicht die Map ne entweder ist es zu schwer dann ist es wieder zu leicht ich hätte jetzt gern Bohnen Bohnen digger Bohnen du das muss drücken im Gesicht der Bohnner? Jo das macht richtig schön Smackes Bohnner? Jo ja von Bohnner du hast du gerade gesagt du musst drücken im Gesicht? ja durfte gerade geschrieben ach so das muss drücken ok den kann ich nicht aber der gefällt mir Lass mich, lass mich, lass mich Das hört sich sehr ungesund an Wenn ich drüber nachdenke Ich find's gut, ich möchte ihn gerne verwenden Ich will mich den gerne verwenden Den Spruch Den Spruch Wem möchtest du verwenden? Will ich das wissen? Will ich das wissen? Wie du verwenden möchtest? Oh, wie geil Wir verwenden einander nicht Wir haben uns lieb, aber wir verwenden einander nicht Nein, nein, nein Als Prügel, als Sündenbock Als Astloch Okay, ich bin Nicht neidisch auf Michael Auf Frisches Wenn du ihn so verhandelst Du darfst nur ruhig Eckart nennen, jeder weiß, wie er ihn echt heißt Wer sagt, dass ich ihn so behandle? What? What? Schockierende Anschuldigungen Von häuslicher Gewalt Wer sagt, dass häusliche Gewalt ist? Vielleicht meine ich ja auch Kaya Und Prügel Nein Ich bin noch Was? Guckt euch da mal Aber du meinst nicht mich, oder? War die noch auf jemanden? Ja Okay, den war ich im Augenblick Aber nur so sicher zu sein Du meinst nicht mich, oder? Naja, es sei denn, du heißt Kaya Schade Okay, gut zu wissen Ich meine Ich hätte Kaya gedacht Du meinst nicht ihn, ne? Ganz, 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 ganz sicher zu sein Warte mal Du meinst niemanden Ganz sicher zu sein Ja Wohin müssen wir? Gute Frage, nächste Frage Oh, das ist wieder so eine Map Äh, ich glaub Die Freude Die Freude ist groß Ja, genau Hätte auch ein Hoken One sein können Jo Wir werden auch runter Ich glaub, wir hätten auch hinter uns gehen können, oder? Das, das, das meinen wir grad alle Okay, was soll's Aber Kein Problem Wir können das regeln Ganz normal in unserer Gegend Uh Okay Ah, also da Hier sieht's wieder so ein bisschen Ja, ja, ja Wie hast du das denn gemacht? Jo Hoel Geil Durch einen Sprung Nein Ja, ist mir schon klar, durch einen Sprung, aber Durch einen gewagten Sprung Ich komm, es sind da 20 Versuche, dabei habe ich nur 15 Da geht der normalen Weg Wie ein Loser Nein Das ist mir jetzt auch zu langweilig Das will ich nicht mehr Oh Hoelschutz hat der gerade rumgezuckt So Du hast es doch geschafft Ja Was, Digga Von wegen Ich schaff's nicht Was, Digga Hast du gesagt, meine Mutter riet aus dem Mund nach Kochsalz, oder was? What? Woher kommt das jetzt? Kennst du nicht Buddy Ogin? Bei was? Bei die Ogin? Gibt's, ich weiß nicht, der macht ihn Ja, stimmt Oh, ich kenn ihn sogar Das ist aber ewig her Ich glaub, der macht gar nichts mehr, oder? Oh, man darf nicht springen Okay, gut zu wissen Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt Und wenn mein Glied deine Lippen benätzt Oh, boy Dann nur damit du Oh Gott, nee, lieber nicht Na, dankeschön, bitte, nein Wir sollten auch ein bisschen aufpassen, ne? Liebe im Tengst Ne? Wenn gewisse Sachen nicht im Chat geschrieben werden dürfen, dürfen sie auch nicht gesagt werden Ich sag hier gar nichts mehr Ohne deinen Anwalt Sag ich nichts Danke Okay, wer ist denn der Anwalt? Also meiner heißt Hä, wieso, danke? Wofür? Weil du mich, weil einer von euch bei mir reingekickt hat Mhm Kenngeschehen, dann war ich das Ich glaube, ich glaube, du warst das, ja Wer ich jetzt, oder was? Ja, du Ich hab gesagt, ohne mein Althurs sag ich nichts Althurs Frisches war das, glaube ich, mit dem Anwalt Nee, ich hab nix gesagt Ne? Aber, ähm, 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 äh, du hast dann für wahrscheinlich auch bei Althurs gemacht, glaube ich, ne? Ja, deswegen hab ich noch recht schnell davon gewonnen Weil der war nicht gültig, ich verstehe das gar nicht Ich bin immer nicht gültig Was musst du an Strafe zahlen? Ja Ich? Ja, ist das richtig? Boah, weiß ich gar nicht mehr Ich hab dem mit 19 Kann man überhaupt sprechen? Oh! Jo, kann man Ja Ja! Uh! Jo! Geil Nicer, scheiße Nicer, dicer, 2000 Nicer, dicer Das sag ich auch manchmal, wenn ich sage, nice Nice und dicer So, nicer, dicer Ey, da, Diggi Ja, man soll den Tappich vornarmen Ah, siehst du? Hole one Kum, küm, küm Kum, ja Erdi Protos und ich haben hole in Fünf Wie alle einfach alle springen Gäste Oh Albatross Hier kann man echt krass abkürzen Jo Albatross 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 Airline Tycoon Ja, wie geil Ich hab's geliebt Aber tatsächlich nur der erste Teil Der zweite Teil ist kacke Ja, recht? Ja, der erste Teil ist der beste Ja Aber wie sagt der zweite kacke? Ah, der scheiße Der ist nicht mehr so lustig Der erste, der ist richtig lustig gemacht Er hat nichts mehr mit dem Spiel für mich zu tun Der erste, wo du dann den Mitstreiter da Sabotieren konnte Ja, so geil Beim Schwarzmarkt-Tender dann Ja Warte, konnte man Terrorangriffe planen? Ja Ja, tatsächlich Ja, aber Aber Lieber an quasi Ja, das war so lustig Ja, aber in sehr Also humoristischer Art Ja, ich weiß Ich weiß es quasi So Kajalaken und so ins Essen Das war nice, ey Albatross Ja Achso, schon gut Hm? Nee, sie war grad auf dem ersten Aber da wird sie wahrscheinlich jetzt auch Pust Pust Troll Pust Pust Troll Ich glaube, dieses Spiel hat keine Funktion, die dein Pusten erkennt Ich glaube, es ist ja auch kein DS Nee, es ist kein DS Oder kein Nintendo 3 DS Hello? Oh Gott Jetzt geht's hier runter Ich wollte es gerade aussagen Thank you so much for playing No problem, my friend Ey, ey, ey Alles nur wegen Sio Gar nicht wahr Natürlich, weil du mich angedickst hast Kann ich nichts für Ich war zuerst unten Wo lieg ich denn jetzt? Nein, ich war zuerst unten Dann ich Dann ich Äh, Shiri hol das Replay Nee, tatsächlich war ich zuerst unten Oh Gott, ein Punkt Ein Punkt Nein Ein Punkt Nein Ja, ich war zuerst unten Ja, ich war mir